So, meine Damen und Herren, da bin ich wieder euer Deck mit einer weiteren Folge von Bloodborne und ja, wir sind immer noch in Aldianam, haben uns hier tapfer runtergekämpft, ich bin Blut durchströmt, überströmt, wie auch immer und es geht weiter mit... Okay, es geht weiter mit einem Wehrwolf, der durch die Tür kommt. Geil. Ja, der hat hier, oh, der hat hier eine Tür geöffnet. Ich würde sagen, da packen wir gleich mal die, ich wollte gerade sagen, Laterne. Die stimmt, ey, wartet mal, ich habe eine Laterne, what the fuck, oder? Ey, was, ich habe noch nicht diese Laterne gekauft beim Händler. Da habe ich nämlich gesehen, man kann eine Laterne für 2000 kaufen. Oh Gott, ey, das ist voll gut, ich muss auf jeden Fall haben. Ah! Ja, ja, komm. Oh. Also die, die nicht diese roten Augen haben, die sind nicht so stark, also da kann man durchaus noch was bewirken. Oh, was haben wir denn hier? Ne, nur ein Loch im Boden, obwohl hier unter der Brücke, unter der Brücke schon wollte ich sagen, unter der Treppe. Ne, da haben wir auch nichts Geiles. Da können wir aber reingehen schon mal. Geil, Blutscheinscherbe. Ah! Ah, der hat aber gerade so sich die Hand vor das Gesicht gehalten, was wohl darauf deutet, dass das Feuer die schon stört. Was erwartet uns hier oben? Da schon mal eine Gittertür und ganz oben ist ein Gegenstand. Feuerpapier zweimal, schön, 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 schön. Ähm, okay. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich bin. Ähm, wahrscheinlich, ist das eine Abkürzung oder habe ich jetzt irgendeinen zweiten, zweiten Weg hier geöffnet. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, war ich ja nicht schon mal. Äh, ich bin gerade ein bisschen ratlos. Normalerweise habe ich mal ein sehr gutes Gedächtnis, was die ganzen Wege und Maps angeht in den Spielen. Aber hier kann ich mich jetzt nicht so wirklich dran erinnern. Obwohl, hier ist eine Leiche und da ist kein Gegenstand. Bedeutet, ich war... Ach, klar. Guckt es euch an, Leute. Ich bin wieder hier am Anfang von... Von... Oh. Verdammt. Ja. Haben wir ihn. Aber nur Blutteinsterben, schade. Ich bin hier auf jeden Fall wieder am Anfang von Aldiana. Bedeutet, man kann hier jetzt direkt runter. Nämlich hier. Zack. Und wenn man dann da runter springt... Hier, die Gegner, da braucht man eigentlich gar nicht machen. Wenn man dann hier runter geht... Dann, zack, ist man direkt hier. Mega geil. Also wieder eine sehr zeitsparende Abkürzung gewählt. Wo man noch nicht mal jetzt mehr an den... An diesen Schützen vorbei muss. Man kann den jetzt einfach komplett ignorieren. Fragen mich, ob das so gewollt ist. Oder... Wie man den... Also ob man den vielleicht nicht töten soll, wenn man ihn noch braucht. Na, da sind wir jetzt schon wieder diese Sachen. Oh, oh. Oh. Hier ist so viel. Reiche durchsuchen. Fuck. Okay, der hat rote Augen. Fuck, fuck. Der hat doch schon mehr Leben. Aber er ist tot. Ey, ganz ehrlich. Jetzt weiß ich es vielleicht. Also, ich habe das Gefühl, wenn die... Wenn diese komischen Viecher hier in der Nähe von ihren Verbündeten schreien, dass die dann stärker werden. Die kriegen dann wahrscheinlich diese roten Augen und gehen voll übertrieben ab. Oder es ist so ein Warnruf. Oder ich weiß es nicht. Sowas in der Art. Ich werde mir mal hier eine Dröhnung Quecksilberkugeln geben. Um hier drauf vorbereitet zu sein. Da. Bleib stehen, ey, du. Verdammt nochmal. Die sind immer so schnell weg, die Dinger. Die sind so schwer zu sehen, weil die so eine Farbe haben. Genau wie diese Umgebung. Zeichne ich einen starken Jägers. Cool. Ist hier sonst noch was? Das sieht so aus, als wenn hier irgendwas versteckt ist. Zugewucherte Tür. Ne, ne. Gut. Gehen wir weiter hier runter. Ah, hier können wir wieder ein großes Gebiet absuchen. Gucken. Haben wir hier was? Ne, haben wir nichts. Haben wir auch nichts. Aha. Wir hocken hier doch Gegner irgendwo versteckt. Die haben sogar hier diese mäßigen Blutsteine. Können wir sich aufpassen. Hier ist noch einer. Können wir auch nicht anvisieren. Warum Blut? Ne, sonst hat der nichts mehr. Ja, ähm. Wir durchsuchen jetzt mal die andere Seite. Und dann gehen wir da mal rein. Das sieht wieder nach einem großen Raum aus. Entweder, also ich würde vermuten, Boss-Fight, aus der Erfahrung her. Oder aber irgendeine Sequenz vielleicht, wo was Wichtiges passiert. Aber bisher gab es davon eigentlich sehr wenige. Jetzt die Frage, sollen wir es alleine machen oder sollen wir mal nach einem Verbündeten suchen? Oh, guck mal, wie schön blutüberströmt ich hier bin. Das ist, boah, schön, das ist ja alles schon am Schimmern. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht so recht. Ich packe mal lieber das weg und nehme meine Pistole. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer mit. So, dann, äh, was können wir noch nehmen? Genau, dieses Ariana-Blut, das packen wir mal da rein. Vielleicht hilft das ja wirklich bei der Heilung. Molotows sind nie verkehrt, die lassen wir drin. Wir könnten mal das Gegendift reinmachen. Einfach nur mal, falls jetzt wirklich irgendwas Schlagges kommt. Hier, Feuerpapier, Blitzpapier, sollen wir das machen? Sollen wir das machen? Ich kann es ja einmal mit Feuerpapier versuchen. Vielleicht bringt es was, vielleicht auch nicht. Sehen brauchen wir erstmal nicht, sonst, sonst denke ich, brauchen wir nichts. Ne, so, äh, ja. Da hinten ist irgendwas Großes, das ist auf jeden Fall ein Boss. Das, dann sehe ich. Das, ey, kenne ich. Gut, 15.000 Seelen haben wir, ist zwar schade, aber gut, eigentlich ist es schon wenig. 15.000 Seelen kann ich mir auch nur noch, ich glaube, ein Level holen. Und deswegen hat sich halt so komisch bewegt. Ich hoffe, dass hier nicht noch Gegner links und rechts sind. Das wäre so richtig, richtig abfuck. Obfuck. Oh Gott, das sieht ja nicht schon übel aus, der Shit. Äh. Äh. Bluthunkelige Bestie, es geht los. Wuh! Äh, der hat so einen Schmodder auf sich. Lass mich raten, das ist... ...nix Gutes. Oh, er sieht schon so entschlossen aus. Entschlossen, mich zu töten. Entschlossen, einen Jäger zu frühstücken. Hm, gut. Fangen wir an. Let's go. Äh, ich habe ihn aus der Sicht verloren. Ah, ich weiß nicht genau. Ich kann das Vieh noch nicht einschätzen. Wow, der hat echt eine hohe Schlagreichweite. Ich muss auf jeden Fall aufpassen und immer so ein bisschen hinter ihm bleiben. Dann kann ich ihm zwei Schläge... Oh, oh. Hat Gott irgendwas gemacht. Kann ich ihm zwei Schläge schon geben? Oh, fuck. Okay, es ist wirklich Gift. Es ist wirklich Gift. Ah, langsames irgendwas hier. Wo habe ich mein Gift? Gott, braucht das lange, wenn ich das genommen habe? Wo ist mein... Scheiß... Oh Gott, ich habe kein Feuer mehr auf meiner Waffe. Was? Ich bin schon wieder vergiftet. Komm, ey. Was ist doch witzlos. Ich glaube, der hat sich gerade irgendwie so gepusht in deinem Giftangriff. Irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, der leckt so ein bisschen rum, aber... Der leckt doch... Gerade nur an meiner PS4. Egal. Ich glaube, am Ende werde ich nur noch... Ah, ich habe zu... Ich merke das schon. Ich habe hier zu viel Zeug in meiner Liste hier. Ja, das ist... Ziemlich ätzend, die ganze Zeit... Zu switchen. Zum Beispiel hat er mich jetzt wieder erwischt, weil... Ich verkehrt ausgewichen bin. Wo habe ich meinen? Da habe ich meinen. Oh, Mann, ey. Kannst du nicht werfen, oder was? Du blöder Penner. Na, ehrlich. Mann! Kann man nur so blöd sein? Den Gegner hast du genau vor dir. Was wirft der da irgendwie so über den? So 20 Meter. Ah, ich habe dich. Oh, oh. Was? Ich habe mich nicht getroffen. Irgendwas macht der da? Weg, weg, weg! Ach, komm! Komm schon! Ey, das gibt es doch nicht. So eine scheiß Giftkacke, weißt du? Ja. Ich wusste schon, dass ich mich aufrege. Ja gut, das sah am Anfang sehr schön aus, aber dann, ich glaube, der hat sich so eine Art Giftaura gemacht, weil er hatte so einen komischen Schmodder um sich. Stinkendes Mistvieh, ey. Ich glaube, Feuer ist gut, also gegen Gift ist eigentlich immer Feuer gut. Genauso wie mit Insekten in so welchen Rollenspielen, da ist meist immer giftstark. Der ist zwar kein Insekt, aber der ist Gift. Ja, wartet mal, der ist Gift. Was macht man dann? Man checkt seine Ausrüstung. Welche hat am meisten Giftresistenz? Es ist auf jeden Fall ein langsames Gift. 17, was ist das hier? Jägerhose, 17, 17, 10, 14, das sieht ziemlich scheiße aus. 48, 48, 27, 25, das ist schon mal ganz gut. 20, 60, ja. Okay, ich glaube, ich habe meine Ausrüstung gefunden. Ich ziehe dann diese Ausrüstung an, die Kirchenausrüstung. Die hat nämlich am meisten Giftwiderstand an der Stelle hier. Die Frage, ob ich jetzt vorher nochmal zurück soll, Molotovs kaufen, ich weiß, ihr sagt sich wieder, so feige und öh. Aber kämmt ihr immer gegen den, ey. Ich versuche es einfach mal mit dieser Kombi. Wir haben jetzt die Abkürzungen hier freigeschaltet. Allerdings sind die Gegner jetzt wieder da. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Wir werden gleich aber sehen, wie sich das hier verhält. Ich hole mal wieder die Fackel raus. Das hat die meisten Viecher ja hier irgendwie gestört. Hier war einer in der Ecke. Der andere hat ihn wahrscheinlich auch gesehen. Wo ist er? Blödes Mistvieh. Ich frage mich, wo der jetzt war. Ist hier jetzt ein Werwolf? Ich müsste hier jetzt ein Werwolf sein. Ja, da ist er. Tatsache. Na, dann machen wir den mal fertig. Also, der schlägt jetzt die ganze Zeit so eine unlogische Behinderte-Mist-Kagier. So, ich habe schon einen Haltrang verschwendet. Ich hoffe, ich bekomme noch einen auf dem Weg dahin. So, hier stand jetzt noch der Mistvieh. Ist wieder rumbrüllt. Halt's Maul. Gib mir einen Haltrang. Sehr schön. Vielleicht vorher noch mal heilen sollen. Scheiße, der hier ist noch gebufft. Aber er hat keine Chance gegen die Axt. Schade, nur eine Blutsteinscherbe. Ich dachte, der hätte auch noch mal einen Trank. Aber vielleicht kriegen wir noch einen Trank von den drei Viechern, die hier unten sind. Sind ja, glaube ich, drei Stück, die hier in der Gegend rumhängen. Ich hoffe, dass diese Resistenz von dieser Rüstung hier auf jeden Fall mehr bringt. Vergibt die Waffe hier weniger Schlagkraft. Also, da ist nicht so viel Schaden dahinter. Dafür muss ich aber auch mich heilen, damit ich einen neuen Haltrang kriegen kann. Ne, ich habe aber keinen. Okay, starten wir mit einem weniger. Dafür mit 25 Schuss. Ich weiß ja noch nicht, ob das was bringt mit dem 25 Schuss. Mein Flammenwerfer ist auf jeden Fall zu schwach dafür. Das ist viel zu wenig. Hier haben wir einmal einen Heiltrank. Gift, wovon ich jetzt nur noch sieben habe. Die haben sich nicht aufgefüllt, wieder mit zehn. Das ist natürlich ärgerlich. Und Feuer. Gut, den Molotow bewahre ich mir auf jeden Fall. Und ich gehe erstmal wieder über zum Feuerpapier. Und dann werden wir sehen. Drückt mir die Daumen. Es geht direkt los. Take in Action. Gib mir die Echos. Danke. So. Na, das war wieder Damage für mich. Komm. Mist, die Reichweite ist schon ein bisschen gering. Also ich habe irgendwie gemerkt, vorhin, man darf bei dem Gegner wirklich nicht nach hinten ausweichen. Also nicht nach hinten ausweichen, weil der so eine übertriebene Schlagkommission hat. Und der ist ja auch sehr schnell, ne? Habt ihr hier auch gemerkt, das ist so eine Art Sturmangriff, die er macht. Und wenn er hier sowas macht, dann kann ich schön draufhauen. Allerdings jetzt auch nur an der Stelle einmal. So, da musste ich jetzt nach hinten ausweichen, wenn es keinen anderen Weg gab. Boah, dieser Sturmangriff hier, der pushte sich ja selbst total. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade, hat er mich zwar geschlagen, ich habe kein Gift abbekommen. Ich weiß noch nicht, ob das vielleicht noch nicht aktiv ist auf ihm, aber... Ja, jetzt scheint es aktiv zu sein, das Gift. Mist, vorhin habe ich ihn immer dreimal erwischt. Wieder zweimal. Oh Mann, ey, ich freue mich schon gleich, wenn die Scheiße wieder losgeht hier mit dem... Mit dem Ganzen... Ja, jetzt... Jetzt, jetzt wird es lustig. Okay. Jetzt wird es richtig hart. Oh Gott, jetzt hat er es zweimal gemacht. Ich glaube, das ist so eine Art Gift-Push. Ja, ich bin jetzt nur in der Nähe und kriege schon diesen Mist. Boah, guckt es euch an, diese Kombo. Boah, der ist sehr, sehr schnell, also... Nein, 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 ich habe keine Ausdauer mehr, um auszuweichen. Das Feuer bleibt zum Glück drauf, wenn er mal eben seine... Weg, weg, weg. Das ist auch nicht. Boah, guck mal, wie das Zeug aus dem raussprießt. Boah. Komm. Komm, Baby. Nein. Nein, nein. Ach Mann, nicht so eine unfaire Griffscheiße, ey. Komm. Bin ich vergiftet? Ja, ich bin vergiftet, ey. Komm. Ah. Bist du direkt vor mir? What? Okay. Jetzt. Oh. Oh. Dieses Gefühl. Oh, kennt ihr das? Kennt ihr das? Wenn ihr den Shit geschafft habt, ist es gerade wie Highlander. Oh, die macht. Springt alle Gläser. Geil. Oh. Ja. Das ist, das ist richtig geil. Ich finde mich gerade richtig gut. Putumeru-Kelch. Ich habe einen Kelch. Dafür habe ich jetzt den ganzen Shit gemacht. Ich bin ein scheiß Kelch. Dieses Gefühl, ey. Geil. Ich glaube gerade, ich spüre gerade, wie das Blut in mir richtig in Wallung kommt. Das ist, boah. Richtig geil. Oder ist es kurz vorm Herzen, praktisch. Ich weiß nicht. Gut. Wo haben wir den Shit denn hier? Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ähm. Ein Kelch ist wohl eher ein Schlüssel oder so, ne? Werkzeug. Ach da, das ist ja ein Kelch-Zeichen. What the fuck. Ähm. Ja. Blut Echoes 1000. Ritual Blut 2. Tiefe 1. Okay. Entschuldigt. Ich muss aufstoßen. Ritual Kelch aus der Kirche des guten Kelchs. Verwende ihn in einem Ritual am Gruftaltar im Traum des Jägers und brich das Siegel des alten Untergrundlabyrinths, auf das der Kelch das Grab der Götter freilegt, auf das Blut den Jäger nähre und auf das an der Kommunion... Ne, und auf das du an der Kommunion teilnimmst. Du put the fuck, scheiß Kommunion. Natürlich nicht. Ähm. Wart mal hier. Ne. Wo kann ich nochmal hier? Wie, 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 dann nochmal? Jetzt welcher Knopf? Äh. Weiß nicht mehr, welcher Knopf das war. Anzeigen? Ne. Anzeigen wir es nicht. Ne, das war es auch nicht. Ja, egal. Gut. Und jetzt haben wir den Shit geschafft. Ist das geil. Ist das geil. Was ist das denn hier? Sieht komisch aus. Aber diesen, diesen Umhang von dem Vieh fand ich cool. So ein Giftumhang. Stell dir mal vor, du hast so ein Giftumhang, ja, und immer wenn du schlägst, dann verteilt das ordentlich Gift. Das wäre schon geil, ey. Das wäre schon richtig geil. Aber sowas cool ist, da kommt natürlich keiner drauf, ne? Da kommt nur ein Deck drauf. So, Körper durchsuchen. Gegengift. Dreimal. Gut, dass das hier so irgendwo in der Ecke stand. Und natürlich ein Lämpchen. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn wir jetzt zum Jäger gehen? Greift der uns immer noch an, oder ist der dann vielleicht anders drauf? So Fragen über Fragen. Ähm, aber die Zeit rennt uns schon wieder davon. Ja, liebe Freunde. Äh, ich glaube, es war spannend genug. Sorry, dass ich so oft gestorben bin. Aber versucht den Scheißgern mal selber alleine. Ähm, ja. Ich bin mein Deck. Abonnieren, kommentieren und bewerten. Vergiss das bitte nicht. Und schreib mir mal ein bisschen was über den Kelch und das Ritualblut. Und sag mir am besten mal, ähm, wie man das Ganze macht. Also, äh, wenn man da wirklich so ein Ritual machen kann. Wie man das Ganze dann macht. Also, bevor ich jetzt hier Seelen ausgebe, gucke ich nochmal kurz mit euch zusammen. Aber hier, ist die Scheißlaterne. Ja, damit. Hier, kann man jetzt auch Ritualblut kaufen. Okay, 2400 ist auf jeden Fall machbar. Ah, sonst gibt es hier nichts Neues. Mir gibt es hier nie was Neues. Was soll das? Die hat auch nichts Neues. Ähm. Ähm. Einer Puppe Liebe beibringen? Challenge accept. Nein. Ähm, ja, äh, ich würde einfach sagen, schaltet wieder ein und wir schauen einfach mal nächste Folge, was so geht und wo wir dann weitermachen. Ich weiß es selbst noch nicht. Also, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr sagt, ey, du hast das und das vielleicht noch vergessen oder geh da und da noch hin. Ansonsten entscheide ich wieder selbst. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017